Hallo, mein Name ist Christian aus dem Cube Store, aus der Werkstatt. Ich präsentiere euch heute unsere Smart Pumpen für alle Ventile, ob Auto, ganz normales Fahrradventil oder das klassische französische Rennradventil. Wir haben hier die Acid Race Pure Pumpe, hier die Verschlussmöglichkeit für zwei Ventilarten, welche sich sehr einfach hier am Ventil befestigen lassen. Einmal drauf, dann verschließt sich das auch gleich, ist einmal somit fest und lässt sich hier ganz einfach pumpen. Wir haben hier noch einen praktischen Rahmenhalter, wo man die Pumpe auch überall mit hinnehmen kann, auf Tour. Diese Pumpe wiegt auch nur 100 Gramm. Hier wackelt nichts, hier klappert nichts. Einmal verschlossen ist sie auch wirklich fest am Rahmen verbaut. 100 Gramm. Das wird von der Welt abgebaut. Und da ist ja wahrscheinlich auch nicht so verabschieden. Und da ist natürlich auch nicht so verabschiedet. Und da ist es ja auch noch mehr auf. Vielen Dank.